Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, wirtschaftlich stehen wir in Deutschland nach nun elf Jahren CDU-CSU-geführter Regierung unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel da so gut wie noch nie. Besonders auch in den letzten drei Jahren gemeinsam mit der SPD in einer großen Koalition lässt sich festhalten, die Beschäftigung ist so hoch wie noch nie, die Lohnsteigerungen wie seit 25 Jahren nicht, ebenso auch die Rentenerhöhungen, Steuereinnahmen auf allen Ebenen, Bund, Länder und Gemeinden auf einem mehr als gesunden Niveau und eine ganze Legislatur ohne Neuverschuldung. Das ist das Ergebnis, mit dem wir in das Wahljahr 2017 sehr selbstbewusst hineinstarten können. Im Gegensatz zu anderen Ländern um uns herum haben wir stabile politische, soziale und wirtschaftliche Verhältnisse. Wir leben und praktizieren eine freiheitliche und tolerante Demokratie, eine soziale Marktwirtschaft mit einem stabilen, zukunftsfesten und vollständig ausfinanzierten Sozialsystem. Damit die so ist und so bleibt, setzen wir auf eine starke Wirtschaft. Wir stärken unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen, die Handwerksbetriebe, aber wir investieren auch so viel wie noch nie in Ausbildung, Bildung und Hochschulen. Wir haben einen guten, starken Wirtschaftsstandort mit weltweit einzigartig guter Infrastruktur und besonders hochqualifizierten Menschen. Und beim Blick in den Haushalt des Ministeriums für Wirtschaft und Energie lassen sich für die Zukunft viele weitere neue gute Ansätze hier erkennen. Ich möchte als Stichwort, als Abgeordneter aus Mecklenburg-Vorpommern, beginnen mit dem Thema maritime Wirtschaft. Die Koalition unterstützt die maritime Branche in diesem Haushalt mit zusätzlichen 1,9 Milliarden Euro. Und wir, die Union, erweisen uns einmal mehr als verlässlichster Partner der maritimen Branche in Deutschland. Denn die ehemals geplanten Kürzungen im Investitionsförderungsprogramm zum Schiffbau haben wir mit einer Erhöhung des Programms um 10 Millionen Euro rückgängig machen können. Und nur so können wir unsere Werften und Zulieferer stärken. Das ist die maritime Handschrift der Union. Und mein Dank gilt an dieser Stelle ausdrücklich und besonders unseren Haushältern rund um Eckhardt-Rehwerk. Wir zeigen hier einmal mehr gemeinsam, dass sich die maritime Wirtschaft auf die Union verlassen kann. Wir setzen auch in der maritimen Branche auf Innovation und Technologieführerschaft. Und genau deshalb werden die Haushaltsmittel in der Innovationsförderung im Bereich Schiffbau und Meerestechnik auf hohem Niveau verstetigt. Übrigens ein nicht unerheblicher Anteil der Zulieferbranche der maritimen Industrie befindet sich auch im Süden der Republik. Es ist also keineswegs nur ein Küstenthema. Flankiert werden diese Investitionen in unsere Wirtschaft durch Investitionen in Infrastruktur. Dazu möchte ich beispielhaft die doch mit über 750 Millionen Euro sehr gut ausgefallene Ausstattung im Bundesverkehrswegeplan gerade für den Nordosten erwähnen. Wir haben die Seekanalvertiefung des Seehafens Rostock ebenso wie die Fahrrinnenvertiefung des Hafens Wismar drin. Das sind wesentliche Voraussetzungen, um die Wettbewerbsfähigkeit unserer Seehäfen zu erhalten und die Position als Logistikdrehscheibe in der südlichen Ostsee und im gesamten Ostseeraum zu erhalten und zu stärken. Ich nehme auch das Thema Klimaschutz nicht aus. Der Bund übernimmt beispielsweise mit dem Bau von LNG-betriebenen Schiffen eine Vorbildfunktion im Hinblick auf die Erfüllung der zukünftig strengeren Werte in Nord- und Ostsee. Bei diesem Projekt arbeitet das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt sowie Industriepartner und aber auch die Endnutzer seit 2012 übrigens schon erfolgreich zusammen. Gemeinsam mit dem Beschluss zur Gründung des neuen DLR-Instituts für den Schutz maritimer Infrastrukturen in Bremerhaven erhält dieses wichtige Thema ein neues zukunftsfähiges Fundament. Auch im Bereich Forschung und Entwicklung zur Wirtschaft hat sich einiges getan. Auch hier hat sich wieder die Union als zukunftsgebender Impulsgeber in den Haushaltsberatungen gezeigt. Mit der Erhöhung der Grundfinanzierung bei den Fraunhofern um 60 Millionen Euro stärken wir die anwendungsorientierte Forschung von den Fraunhofer-Gesellschaften und Instituten. Wir werden die Weichen stellen für die zukünftige Entwicklung beispielsweise in der Einrichtung der selbstständigen Fraunhofer-Gruppe im Bereich der Hansestadt Rostock, wo man sich mit dem Thema Großstrukturen in der Produktionstechnik beschäftigt. Professor Wanner machte eine unglaublich gute Arbeit und mittlerweile hoch anerkannte Expertise auch geschätzt in der gesamten deutschen Industrie. Das ist dann, und da können wir ein bisschen stolz darauf sein, die erste selbstständige Fraunhofer-Einrichtung in Mecklenburg-Vorpommern. Und hier auch mein ganz herzlicher Dank an die Haushälter, dass das so möglich wird. Der Ausbau der wirtschaftsnahen Forschung in meiner Heimatstadt Rostock ist vor dem Hintergrund der in Mecklenburg-Vorpommern noch immer nicht ausreichend vorhandenen Großindustrie und auch vor dem hohen Stellenwert der maritimen Industrie im Norden Deutschlands von immenser Bedeutung. Insgesamt ist es gelungen, die Innovationsförderung für die neuen Bundesländer insgesamt auf 159 Millionen Euro anzuheben. Und das ist ein sehr gutes Signal, gerade eben auch in die ostdeutsche Industrielandschaft. Gut ist auch, dass wir dem forschenden Mittelstand insgesamt weitere 40 Millionen Euro zur Verfügung stellen können. Dabei erhält die industrielle Gemeinschaftsforschung, mit dem auch kleine und mittlere Unternehmen durch Forschungseinrichtungen ihrer Forschungsentwicklungsarbeit unterstützt werden, einen Aufwuchs von 30 Millionen. Und im ZIN, im zentralen Investitionsprogramm Mittelstand, ist ja einiges schon heute gesagt worden, deshalb kann ich das abkürzen, stellen wir auch viele neue Millionen Euro zur Verfügung, seit Beginn dieser Legislatur, fast 60 Millionen mehr. Applaus Und zusammengefasst kann unser forschender Mittelstand damit über insgesamt 35 Millionen Euro mehr verfügen, als mal ursprünglich beispielsweise vom Minister selber beantragt. Und auch hier einen ganz herzlichen Dank an das, was im Haushalt möglich gewesen ist, an unsere Haushälter, dass das so mit einer Priorität versehen worden ist. Und an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an den Kollegen Mattfeld, der sich für diese Erhöhung ganz besonders stark eingesetzt hat. Wir haben da oft drüber geredet, und das ist wie ein roter Faden in deiner Arbeit. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Herr, Herr, es muss da erleichtert werden, da ist sicherlich im rechtlichen Rahmen heranzugehen. Applaus Wir müssen nicht zuletzt in Forschung und Entwicklung, beispielsweise im Bereich Batterie- und Wasserstofftechnik investieren. Da hängt nebenbei bemerkt unsere gesamte Zulieferindustrie dran, weil in einem Elektroauto bis zu 50 Prozent weniger Bauteile verbaut sind. Wir müssen uns Gedanken machen über den Zulieferer der Zukunft in Deutschland. Denn das sind nicht die wenigsten Arbeitsplätze, die da infrage stehen. Und bei uns kauft momentan noch die gesamte internationale Automobilbranche Bauteile ein, viele Bauteile ein bei uns in unseren deutschen Unternehmen. Und das darf sich nicht grundlegend ändern. Und das darf sich nicht grundlegend ändern. Das müssen wir erhalten. Abschließend möchte ich sagen, wir haben jetzt elf Jahre CDU-CSU-geführte Regierung seit 2005. Seitdem sind fünf Millionen zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse geschaffen worden. Und in der Zusammenarbeit mit der SPD in den letzten drei Jahren ist ein erheblicher Teil davon mit zustande gekommen. Da auch einen ganz herzlichen Dank an die gute Zusammenarbeit im Bereich der Sozial- und Wirtschaftspolitik, Arbeitspolitik, die wir gemeinsam in den drei Jahren geleistet haben. Das ist ein starker Ausdruck dessen, dass sich in Deutschland die Gesamtsituation der Beschäftigung und damit auch der Einkommensverhältnisse durch gute Regierungsarbeit von CDU und CSU verbessert haben, gemeinsam mit der SPD. Und eine starke Wirtschaft und gute Arbeitsplätze ist das beste sozialpolitische Fundament, auf dem wir auch in Zukunft bestehen können. Unser aktueller wirtschaftlicher Erfolg gibt uns nämlich die Spielräume im Haushalt, die wir nun nutzen, um den strukturellen Herausforderungen zu begegnen. Eine gute und soziale Wirtschaftspolitik gestaltet die eigene Zukunft stärker und nachhaltiger als die meisten anderen Politikfelder. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Abschließender Redner zum Einzelplan 09 ist der Kollege Prof. Dr. Heinz Riesenhuber für die CDU und CSU. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.